Oh, jetzt habe ich mir mal ein männliches Mädchen hier umzütteln. Ja, ist das eine Frau oder ist das ein Mann? Heller, aber ich pein die. Weißt du, was das ist? Nein, also du bist schon bekannt, ich kann mich vergessen. Na ja, geh raus, ich bin ganz bekannt, ich bin ganz bekannt. Das ist doch toll. Ist doch eine Frau. Dein Bein! Das ist schon mit dem nächsten Flop-Mossel. Da gibt es keine Männer.